Moin Moin, zusammen zu einer neuen Runde Prischenersitekt in der Alpha 32. So, muss mal grad gucken, was hab ich denn hier eigentlich das letzte mal gemacht? Äh... Gut, hier ist die Kapelle. Das liegt ja noch schön auf. Okay, hier ist... wieviel Uhr haben wir überhaupt? Ach, ist nacht? Ach, die schlafen jetzt. Okay. Äh... die kommen alle vom Essen, ne? Apropos Essen, Apropos Neuladen, Apropos Stationierung, gell? So, lass schnell gucken. Mhm. Wo kommt denn der hier wieder, der da zugewiesen ist? Okay, dann kann ich das noch, bevor es schief geht. Das zieh ich mal so. Da unten ist noch eine Werkstatt für alle, das will ich nicht. Das will ich nicht. Da tu natürlich die... warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, hier? Ne, da sollen auch nur... Die... Damit die Grauen da nicht hinlatscht kommen. Das hab ich ja hier oben schon gemacht, bei denen. Das letzte mal. Wo sind sie? Da sind sie. Sollten auch immer noch orange sein. Jawohl. So. Dann mach ich jetzt mal hier weiter. Ach so, jetzt, wenn hier neu gestartet wird, sind ja die alle wieder irgendwie zurückgesetzt da, die Arbeiter. Und die ganzen Polizisten und Co. laufen ja wieder auf dem... Auf Position. Mach hier mal fertig, bitte. Ähm... Hab ich da eigentlich schon... Hab ich schon so... Ja, hab ich so... Gut, das Wasser fehlt. Das kommt dann von da. Dann mach ich mal hier. Komm mal her... Nee, äh... Na gut, der... Klont ja dann das da auch mit, ne? Die Zellen. Äh, Mist. Mischt. Das belast mich mal hier. So, machen wir von hier. Kann ich zwei? Ja. Geh noch drei. Yay. Ach so, dann kann ich wieder... Hm. Wie viel ist denn das überhaupt? Zwei, vier, fünf. Toll. Na egal. Zeig mal her. Da ist jetzt natürlich die Tür... Ja... Das ist ja... Die hab ich reingemacht, damit, äh... Das Ding fertiggestellt werden kann. Das machen wir erstmal anders da. Ja, sonst fangen die ja nicht an zu bauen, oder so. Das machen wir mal anders. Wo lass ich die denn reingehen, die Jungs? Hm... Wo lass ich die denn reingehen? Unten oder oben? Hm... So, zeig mal her, bitte. Lass mir das mal angucken. Ja, unten eigentlich, ne? Äh... Äh... Dann machen wir hier... Einrichtung. Große Gefängnistür. Ich lass die mal... Da reingehen. Na. Die demotieren wir und machen was zu. Gleiches mach ich hier auch. Einrichtung. Große Gefängnistür. Ja, weil da unten will ich dann hier... Workshops hin machen. Nur für die. Genau. Richtig. Das machen wir so. Äh... Weg. So. Und... Demontieren. Er ist schon dabei. Guter Mann. Hier ist der Fußboden kaputt. Das kriegen wir hin. Das ist nicht so das Problem. Dann machen wir hier jetzt noch die Wand zu. Die Kiste hat sich weggebeamt. Ah, Knastis kommen raus. Hier bitte die Tür jetzt mal anständig reinmachen. Ja. Komm. Die kann ich ja gleich auf groß machen. Äh, groß ja. Auf, auf. Auf, auf. So. Duschen, schlafen, schlafen. Mhm. Was ist jetzt hier? Ich kann da oben ja schon mal... Es müsste eigentlich noch geklont sein. Richtig. Richtig. So. Zack. Und dann nehme ich hier... Was ist denn los? Da unten. Ich glaube, ihr spinne. Zettel 269. Oh, wir haben drei Zellen, die nicht... Irgendwas passiert. Drei Zellen, die fehlen. Also, die nicht in Betrieb sind. Da sind irgendwo Tunnel. Lass mal gucken. Oder waren das jetzt eben die... Ach ja, genau. Das waren die... Ja. Ja. Ich Idiot. Zettel 269. So. Da unten ist die Tür drin. Komm hier. Öffnen. Zumachen. Und dann können die... Ich mach das noch zu, damit ich das da hinsetzen kann. Das kommt dann nämlich... Kommt dann nämlich Mist raus. Weil das Loch da an der Wand ist. Komm. Dann braucht ihr eigentlich für die Kabel. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Essen ausgeladen oder sowas? Okay. Räume. Zellen. Weg. So. Was ist hier wieder? Mhh. Wen hat sie erwischt? Wo denn? Ich seh nix. Ich seh nix. Wieso sind hier eigentlich Orangene hier unten drin? Das Ding ist doch... Guck. Hier. Ich hab da nix zu suchen. Mann. Macht mir doch jetzt endlich mal das Kabel. Ach. Ach. Ihr seid doch bescheuert. Ja. 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 Eie. Mann. Ey. Da ist noch die Wand offen. Da scheint sich an und warten dass die Tür aufgeht. Ah. Die sind so blöd. Ja. Hier müsste ja das... Zelle weg sein. 693. Alles klar. Ja. Ich höre das da unten. Also die brauchen ja nicht alle immer einen Gruppenraum. So. Ganz schön Platzverschwendung hier. Ne. Passt da eigentlich noch so ein Ding hin? Hm. Ich hab da zwei frei. Da auch zwei frei. Dann können wir auch mal so machen. Äh. Warte mal. Nochmal hoch. Ich hab das äh mitgeklont. Okay. Dann hier runter. Kommen eigentlich neue Gruppen. Knastis? Tatsache. Äh. Die muss ich mir gleich mal angucken. Räume. Zellen. Weg. Ah. Mann. Hier wieder nicht aufgepasst. Ach. Verdammt noch eins. Wo ist die Wäscherei? Gruppenwäscherei. Hier. Guck. Das muss ja bis da runter. Sicherheitsraum. Äh. Warte mal. Rüstkammer. Personal. Kapelle. Zwinge. Weiche. Putz. Sicherheitsbüro. Mann. Das macht ihr mir bitte? Jetzt lass mal hier gucken. Jetzt haben sie aber wahrscheinlich alle schon... Ah. Ich guck mal grad. Logistik. Ne. Was denn? Ach. Schmuggel. Äh. Erfahrene Kämpfer. Schnell. Da kommt Toiletten. Gut. Dann haben wir nur noch das Lager. Das... Wieso wird eigentlich... Aha. Wo tragen die die ganzen Toiletten her? Lad jetzt der Speicher ab. Furchtlos. 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 Sieht nicht nach. Äh. Da haus dass da irgendein Polizist mit dabei war. Gut. Dann soll sie mal hier fertig machen. Hier unten ziehe ich es auch noch rein. So. Zwei. Zwei. Wenn ich das so mache. Das gucken wir uns dann mal an. Das gucken wir uns an. Wenn sie die Dinger hier gebaut haben. Die zählen wir nochmal weg. Ein verdammt langer Weg. Ein verdammt langer Weg. Ein verdammt langer Weg. So. Dann hier. Versorgung. Da gehen wir... Mit dem hier runter. Mal bis dahin. Können wir das auch gleich wieder mitlegen. So. Jetzt halt mal hier. Hier her. Ah. 32 Insassen. Okay. Das braucht schon sehr lange. Das braucht schon. Hier ist der Klassenraum. Unterrichtet hier nicht. Hier wird schon. Was ist? Musso's Klo. Nightingale. Mitchell. Band. Hatte Listen. Drogen. Okay. Hier. Putzgeschwader. Passt. Abfall. Die lassen wir erst mal das fertig bauen. Ich guck mal hier rüber. Wie sieht's mit B und Entladen aus? Eigentlich ganz okay. Das ist der Abfall-Heini. Da ist jetzt gerade keiner da. Aber das dürfte der Fahrer ja wohl holen. Da liegt der Tote. Wer war denn das jetzt? Huch. Das liegt ja nicht mehr da. Geh mal bitte einer da hin und zeig mir den mal. Die waren gerade in der Drogenberatung. Geh mal da hin. Ich will sehen wer das war. Da ist er. Ein Verräter. Mann. Wieso. Stufen die. Stufen die. Die Typen jetzt wieder automatisch hoch. Wenn sie Mist gebaut haben. Also der Gelbe. Wird dann zum Grauen. Und wenn du dann wieder mitbaust. Wieder zum. zum Orangenen. Hier läuft kein Polizist. Sollte aber. Wieder keiner vor Ort. Wie so oft. Was ist das hier? Im Gruppenraum ist die Kamera wohl nicht in Betrieb, hä? Zeig mal her. Doch. Das sieht ja aus hier, hä, hä, hä. Äh, die ist in Betrieb. Okay. Hier haben wir aber keine Kamera drin. Ja, guck, da läuft doch kein Polizist. Wo bleibt denn der jetzt? 104 freie Polizisten. Da, Kim, da. Da, Kim, da. Zertifiziert Taser. Mann. Ja, der Knast ist zu groß. Wie viel Uhr ist es? Abends schon. Wie sieht hier unsere Verteilung aus? 102? 120? Oh. 370,000... Wir haben Orangene, äh, wir haben Orangene in den Übergangszellen. Eie, ne, das müssen wir anders da machen. Das müssen wir anders da machen. Ich nehme mal welche auf, weil das sind auch zu viele. Dass man das nicht einstellen kann, ne? Ja.